Hey Leute und herzlich willkommen zu Minecraft The King. Es hat gerade jemand Diamanten gefunden, ich muss ihn umbringen. Und wir sind hier wieder nicht alleine, denn ich habe noch jemanden dabei. Wen? Der sich jetzt selbst vorstellen darf. Ja, ich bin's, hallo. Ich bin's, ganz allein. Oh, hallo, wer bist du? Ich bin der Marcel von MyGames. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Natürlich. Natürlich, wenn sie es nicht wieder vergisst. Wenn sie es nicht wieder vergisst. Also ich habe hier schon drei Hühnchen. Oh, und da gibt's Schweine und noch mehr Hühnchen. Ich baue eine riesige Erdwand ab, weil ich dahinter immer was vermute. Und meine Schaufel ist kaputt gegangen. Und ich habe Gold gefunden. Yay, andere haben Diamanten, ich habe Gold. Ah, ah, ah. Ja, Gold können wir auch brauchen, dann können wir uns irgendwann mal goldene Äpfel machen. Juhu. Die fragen schon wieder, wo ich bin, die wollen mich umbringen. Ich kann nicht mal mehr tippen. Ich kann nicht mal mehr tippen. Und Kohle. Ich fühle mich gerade richtig unnütz, Leute. Ich fühle mich richtig unnütz. Oh, hier ist, glaube ich, eine richtige Höhle. Ich glaube, wir sollten hier weiter arbeiten. Gute Idee. Unnütz. Ich fühle mich unnütz. Bringst du das Zeug mit? Welches Zeug? Ja, den Ofen, die Werkbank. Achso, ja klar, das kann ich mitbringen. Ich will nur noch ein Eisen oder so finden. Warte, ich grab mich noch zehn Blöcke in diese Richtung. Wenn ich da nichts finde, dann gebe ich auf. Wir kommen. Ich möchte hierbleiben. Hier woanders. Ich habe kein Essen und nur wenige Herzen. Ich habe schon wieder Eisen gefunden. Ich hasse dich. Wie man sich einfach jetzt noch über Eisen freut. Mhm. Mhm. Wenn man es finden würde. Geh weg. Hilfe. Bist du weit weg? Nein, 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 nein. Weg. Ich brenne. Achso. Dummer Creeper, weg. Ich hasse dich. Ist nacht? Nein. Aber in der Höhle. Achso. Gibt es gefährliche Creeper. Ich komm mal wieder heim. Die Höhle können wir auch nachher zu zweit erkunden. Ich wollte gerade alles mitnehmen, das weißt du schon, ich hab gerade alles abgebaut. Ja, dann bring mit, komm. Egal. Aber ich muss dich ja hierher lotsen. Ich nehme auch unsere Tür mit. Wir gehen. Die geile Tür. Ja, ich möchte diese Tür nicht zurücklassen. Wo bist du denn langgelaufen? Ich komme zu dir. Oh ja, ich habe nur noch ein Herz. Ich habe nur Angst, falls die anderen mich finden. Du weißt, die hassen mich. Ich habe ein Eisenschwert. Okay. Das freut mich. Und noch genau drei Herzen. Super. Ich, ganz ehrlich, ich gehe jetzt raus, ne. Was sehe ich als erstes? Kohle. Irgendwo in der Wand. Ah, hier, andere Seite, andere Seite. Hier hinten auf dem Berg. Cola. Dankeschön. Du bist auch recht schnell aggressiv, muss ich sagen. Ich möchte auch ein bisschen Erfolg haben. In meinem Leben. Ich fühle mich wie Sonnenbüse. In deinem Leben. Ach, da bist du. Du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man sich wie so ein Versager fühlt. Jeder findet Eisen und man findet nicht mal Cola, wo man in der Mine ist. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich muss ja mit dir zusammen spielen. Ach, danke. Du musst. Er hat mich gefragt, Leute. Er hat mich gefragt. Hast du Essen? Ja, rohes Hühnchen. Ja, braten wir gleich. Möchtest du was haben? Ja, die Welt lädt sich kaum. Da hinten ist ein Kiefernale, Tannenwald. Ja, in die Richtung müssen wir. Cool. Huch, hier ist eine Höhle. Ich habe eine viel bessere Höhle. Woher weißt du das, wenn du diese Höhle nicht kennst? Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, komm, lass uns mal hier unsere Hühnchen braten. Ja, warte, ich stelle dir den Ofen auf. Weil Kohle habe ich auch ein bisschen. Meinst du, wir werden hier von der GEMA gesperrt, wenn wir Krongs Kohle-Song singen? Den kann ich gar nicht. Oh je, jetzt werden mich alle Menschen... Du kannst nicht Kohle, 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 Tralala. Ich meine, das kann jeder. Das, das, das ist die Schwung. Also der Text hört sich jetzt nicht so schwer an, den könnte ich mir vielleicht noch merken. Da ist schon Fleisch drin. Oh, hier hinten geht's weiter. Auch nicht so weit unbedingt. Ich grabe gerade Kies ab, weil hinter Kies ist meist was. Und selbst wenn nicht, brauche ich die Flints. So wie hinter der Erde. Ja, aber wenn, dann ist da vielleicht noch Flint und das kann ich dann später für Pfeile benutzen. Da, die haben eine Pyramide gefunden. Maaam. Das heißt... Ich komme einmal her und klaue dir direkt den Flint. Weißt du, was das jetzt auch noch heißt? Das sind gleichzeitig die ersten, die wahrscheinlich TNT haben. Gibt's das in der Pyramide? In der Pyramide, das ist unter der Pyramide. Das wird ja durch die Druckplatte ausgelöst. Das heißt, sie haben jetzt, also wenn sie schlau sind, haben das natürlich zuerst rausgenommen. Und besitzen jetzt TNT. Du Schweine. Hm. Richard! Ich hab dir mal Essen gegeben. Oh mein Gott, ich verhung... Du hast es wieder aufgenommen. Alles nimmst du mir weg. Das war mit Absicht. Ich weiß. Es leckt. Oh, Hühnchen. Ich bin immer noch nicht ganz voll, aber es reicht auf jeden Fall. Ja, im Ofen isst auch noch Schwein. Gut. Ich esse kein Schweinefleisch. Ich bin Vegetarier. Okay, dann hätte ich kein Hühnchen essen können. Das war ein vegetarisches Hühnchen. Ja, das war aus Tofu. Es wäre voll cool, wenn man so... Nein, es wäre irgendwie voll komisch, wenn man so Tofuhühnchen züchten könnte. Aber dann wäre es ja immer noch wieder Schweine... Äh, warte mal. Also stell dir mal vor, man könnte Tofuhühnchen züchten. Das sind so Hühnchen aus Tofu, ne? Ja, die Frage ist, erleben die? Ja, wenn sie leben, rennen sie ja wieder rum und dann ist es ja wieder was. Dann darf man auch kein Tofu mehr essen, weil Tofu dann auch Fleisch ist. Oder so. Was habe ich für komische Gedankengänge? Ich verstehe dein Problem. Ich wollte gerade Tofu revolutionieren. Mit lebendigem Fleisch. Mit lebendigem... Mit lebendigem Tofu-Hähnchen. Ja, ist doch so. Mensch. Das lasse ich mir patentieren, nicht, dass du mir die Idee wieder klaust. Das ist clever, du stellst das Ding einfach auf YouTube und moldst dann mich an, dass ich dir das klauen könnte. Ja, ich meine, jetzt habe ich immer den Zeugen, dass du es mir nicht klauen darfst. Und was ist, wenn es von deinen Zuschauern niemand klaut? Die machen das nicht. Oder von ganz vielen anderen. Die machen das nicht. Ich auch nicht. Doch. Die vertraue ich nicht. Okay, schön. Danke. Ich habe eine wichtige Frage. Achso. Ich wollte gerade sagen, wo komme ich her? Ja, ich weiß ja, wo ich herkomme, aus meiner Mama und das... Was? Sie waren schon Felder. Ich hasse Leute. Echt? Ja. Wo bist du jetzt eigentlich hingelaufen? Ich besorge Essen. Ich wollte jetzt gehen. Ich will nicht zu lange an einem Ort bleiben. Hast du das Zeug zusammengepackt? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt in meine Riesenhöhle. Ich sehe deinen Namen, glaube ich. Ich hoffe, dass du es bist. Ja, aber nicht in diese Richtung. Dann gehe ich rein. Nicht in diese Richtung. Geht die Sonne schon wieder unter? Ja. Wollen wir in der Nacht laufen? Meinst du, ist das okay? Nee, wir sind gleich da. Okay. Warte ich nur noch Kohle mit, weil Kohle ist momentan... Ah! Ich nehme doch keine Kohle mit. Unter der Kohle ist Lava. Ich habe einen Block abgebaut und hier ist Lava. Guck mal. Oh! Ja, die habe ich entdeckt. Der ist sehr gefährlich. Ja, weil hier der Sand noch mit runterfällt. Oh Gott, ich gehe hier weg. Ich gehe hier weg. Du hast einfach all unser Zeug und möchtest dann in der Lava schwimmen gehen. Ja, so ein bisschen saunamäßig. Stehe ich drauf. So, hier müsste doch jetzt irgendwo meine Höhle kommen. Ja. Okay, nehmen wir noch Holz mit? Ja. Ich fahre jetzt nicht den ganzen Baum, aber ich meine, es ist ja nicht auf Schönheit bedingt, dieses Spiel, dieses Projekt. Oh mein Gott, 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 hilf mir, komm runter. Ich komme... was ist denn? Ah, ich sehe schon. Genau, lass die mit dem schlechteren Schwert dich beschützen, ist okay. Ich habe einfach ein anderthalb Herzen noch. Wenn du den Ofen aufbauen möchtest, dann könnte ich mir mein Hühnchen braten. Ja, ich baue den hier hin. Machen wir uns hier so eine kleine Basis. Geil, das machen wir. Du hast einfach den Pfeil direkt im Kopf drin. Schön. Ja, wenn nichts anderes drin ist, dann haben wir auch Platz für ein Pfeil. Wo du Alice Pfeil hast, will ich gar nicht sagen. Gott sei Dank habe ich es nicht verstanden. Weil ich es auch nicht verstanden wollte. Verstanden? Wollte? Verstanden, wollte, haben. Was? Was? Du sprichst voll komisch. Sprech Deutsch. Ich habe Kohle. Wie geht es Kohle, 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 Kohle? Kohle, 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 Tralala. Da ist tatsächlich noch ein bisschen Rhythmus mit drin. Ja, also ob Kronkh kein Rhythmus hat, so also bitte. Es ist Kronkh. Mach ruhig noch ein bisschen Schleichwerbung, finde ich gut. Ja, Leute, Kronkhs Kanal ist in meiner Videobeschreibung, weil ihr mich natürlich auch vor Kronkh entdeckt habt. Ja, weißt du, echte Abonnenten, echte Fans von mir, ne? Die abonnieren mich, bevor sie Kronkh abonnieren. Ja, zu Recht. Hätte ich dich vorher gekannt. Ah. Ich habe noch Fackeln. Ich habe aber Kohle und Holz. Also hast du Holz, Kohle? Oh Mann, meine Witze sind so schlecht. Ich finde es ja toll. Also fand, fand, fand ich mal toll. Jetzt so langsam in der zweiten Folge lässt die Begeisterung dann auch nach. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, seitdem ich Sarazza angeschaut habe, habe ich immer so einen schlechten Witze-Flash. Da muss ich immer irgendwas Furchtbares erzählen. Das ist, wahrscheinlich ist das so ein Virus, den man sich einfängt, wenn man Sarazza guckt. Deine Theorie ist wirklich sehr glaubwürdig. Aber jetzt muss ich endlich mal Fleisch essen. Ich habe Hunger. Ess kein Fleisch, werd Vegetarier. Hab ein Herz, isst Steine. Ja, packst, warum packst du es nicht da an? Ich wollte da gerade mal einen Eisen reinpacken. Ich habe extra einen zweiten Ofen gemacht. Mh, so lecker. Lecker Fleisch. Mh, kauft euch Fleisch. Fleisch schmeckt gut. Und ist gesund. Hat viele Vitamine. Und Proteine. Ich dachte, meine Öle wäre riesig. Jetzt ist die aber auch nur klein. Warte mal, ganz kurz. Ich habe gerade Probleme mit meinem Stecker, aber... Und das wird mir so angezeigt. Aber meine Tonspur funktioniert noch. Okay. Wäre ja scheiße, wenn sie es jetzt nicht aufnehmen würden. Ja, was ist das? Nein, wir könnten hier auch einen Schnitt machen. Wir nehmen nämlich schon wieder 14 Minuten auf. Ja, machen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Schaut auch mal bei Denise rein, aber nur ganz kurz. Und dann kommt wieder zu mir. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis gleich.